Ok, jetzt sind wir wieder. Immer noch mit diesem Distrikt Nummer 3. Hoffentlich schaffen wir's jetzt. Irgendwie. Ich würd gern die Kirsche haben jetzt. Boah, ne Brume. Ja, na toll. Boah, ist das ein Witz? Hä? Und... Böse, ganz böse. Oh, oh, oh. Nein, 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 nein. Scheiße. Macht nichts, macht nichts. Das Schlüsselloch. Okay, Level geschafft. Das war der richtige Weg. Beauty start. Mario Brothers 3 Musik. Das hat Style irgendwie. Kommt da noch irgendwas, oder? Okay. Ja gut, ist nicht so schlimm. Ähm. Mehrere Kubas gibt es. Einmal die normalen, dann einmal diese hier. Ähm. Oh ja, das musste ja passieren. Wie nett. Komm schon. Ja. Mach keinen Scheiß. Ey, das ist doch Mist. Da oben ist der Midway-Porn. Na toll. Das kostet nicht mein Leben. Haha. Nein. Ah. Ah. Ach du Scheiße. Er hatte auch nichts besseres zu tun gehabt. Ach ja, wir hatten eine Midway-Point. Stimmt. De, 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 de. Ähm. Ähm. Hä? Level geschafft. So, ich hab den Dreh jetzt raus. Saururus Castle. Geil. Die Musik vor allem. Hier. Power bitte. Oder auch nicht. Warum auch. Ähh. Nein. Böse. Oh nein. Also das Design hat ein bisschen was. Aber wir sind ja nicht zum Bewerten hier Am Ende vielleicht mal ganz kurz Aber sonst Was ist hier? Ich bin gespannt, ob es in diesem Spiel Lücken gibt Also zum Backen Das würde ich gerne Nein, oh nein Ich würde meine Blumen doch schon gerne behalten Midwaypoint Okay, die Kasse geht Was kommt jetzt? Oh nein Los, los, los Ja, soll ich durchpassen? Ist das ein Witz? Komm schon Ruchi, mach keinen Scheiß Los, 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 los Ähm, ja, nee Das mach ich bestimmt nicht Ja, ich dachte eigentlich Dieser Scheiß kommt Irgendwann mal Aber anscheinend möchte das Spiel nicht Dass ich hier weiterkomme Eins, zwei Okay, ist falsch wahrscheinlich Wir zählen einfach mal, wenn dieses Teil hoch und runter geht Ja, da, 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 da Was, 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 was Eins, zwei, drei, vier Oder so Es gibt kein Midwaypoint mehr, oder? Ja Ich bin nicht sehr geschickt mit solchen Sachen Nee, also komm Jetzt stirb doch einfach Braav Jahu, wir haben die erste Kasse geschafft Es lebt die Schnelltaste Capsicum Plateau 1 Okay Die Musik hat der Übelst in Style Hey, ich hab noch kein Leben geholt, Mann Mach keinen Scheiß Alter Ach so, der Kito da abgeworfen Da oben Nein Das Leben wollen wir gar nicht, glaube ich Weil man das löst, ich glaube nicht, oder? Alter Wir haben es doch genommen, na toll Boah Nein War ein Pilz Es wird aber diesen Lucky dort oben töten, glaube ich Wenn wir seine Wolken an den Nagel reißen Noch ein Leben für uns Danke Das finde ich schon nett Egal, wir ziehen jetzt einfach Und dann Passt das schon Boah Nette Idee, aber Alter Ja, natürlich Voll verbuggt Da der Anfangs Text japanisch war Ein bisschen zumindest Oder es war einfach nur schlecht beobachtet von mir Kann ich leider keine Kritik geben Ansonsten würde ich sagen Junge Überarbeite den Heck nochmal Mit den Bugs Will ich da rüberkommen? Lass es mit sein Oh, Level geschafft Geil Plateau 2 Okay, es gibt den nächsten Part Und dann können wir jetzt auch noch ein paar Mal Verstehen